Der Prolog von Ochrit vom 24. Dezember Gedenken Die gottgeweihte Märtyrerin Evgenia und andere mit ihr. Evgenia war die Tochter des Gouverneurs von ganz Ägypten, Philippus. Sie wurde in Rom geboren. Zu jener Zeit hatte man die Christen aus Alexandria verbannt und sie lebten außerhalb der Stadt. Die Jungfrau Evgenia besuchte die Christen und nahm ihren Glauben aus ganzem Herzen an. Sie floh mit zwei ihrer treuen Nuchen von ihren Eltern und wurde von Bischof Elias getauft. Getarnt in Männerkleidung trat sie in ein Männerkloster ein und empfing die Mönchsweihe. Sie reinigte ihr Herz durch freiwilliges Käse so sehr, dass sie von Gott die Gnadengabe der Krankenheilung erhielt. So heilte sie eine reiche Frau namens Melantia. Danach jedoch wollte Melantia Evgenia zu fleischlichen Sünden verführen, ohne zu wissen, dass diese eine Frau war. Da sie beharrlich von Evgenia zurückgewiesen wurde, ging diese bohshafte Frau aus Rache zum Gouverneur und verleumdete Evgenia in derselben Weise, wie Potipharas Frau einstmals den keuschen Josef verleumdet hatte. Der Gouverneur befahl, alle Mönche zu fesseln und zusammen mit Evgenia ins Gefängnis zu werfen. Doch als Evgenia vor das Gericht gebracht wurde, offenbarte sie sich ihrem Vater als seine Tochter. Philippus war voller Freude und ließ sich mit seinem ganzen Haus taufen. Schließlich wurde er zum Bischof von Alexandrie gewählt. Als der römische Kaiser davon erfuhr, schickte er einen bohshaften Herrführer namens Terentius nach Alexandria, der Philippus im Geheimen töten ließ. Die heilige Evgenia zog mit ihrer Mutter und ihren Brüdern nach oben. Dort bekehrte sie furchtlos und eifrig Heiden, besonders Jungfrauen, zu wahren Glauben, und so auch die schöne Jungfrau Vasilia. Kurz darauf wurde Vasilia für Christus enthauptet, wie Evgenia es ihr vorausgesagt hatte. Dann wurden die beiden Enuchen, Protos und Jankitos, enthauptet. Schließlich erlitt auch Evgenia, deren bloße Gegenwart den Einschutz und die Zerstörung des Sianer-Tempels verursacht hatte, den Märtyrer tut. Die Folterer warfen sie zuerst ins Wasser, dann ins Feuer. Doch Gott rettete sie. Der Herr selbst erschien ihr im Gefängnis und teilte ihr mit, sie würde am Tag seiner Geburt leiden. Und so geschah es. Sie wurde mit dem Schwert am 25. Dezember 262 in Rom enthauptet. Nach ihrem Tod erschien die heilige Viania, ihre Mutter, in großer Herrlichkeit und tröstete sie. Der heilige Nikolaus, der Herrführer. Einige denken, dieser große Heilige sei ein Sklave aus dem Balkan gewesen. Zur Zeit des Kaisers Nikephoros war Nikolaus Herrführer und hatte den Befehl über eine Heeresdivision, die in den Krieg gegen die Bulgaren zog. Auf dem Weg verbrachte Nikolaus eine Nacht in einer Herberge. Wo er eine große Versuchung erfuhr und einen seltsamen Traum hatte. Dieser Traum ging im Krieg in Erfüllung, als die Griechen von den Bulgaren im Jahr 811 völlig besiegt wurden. Nikolaus blieb verschont und aus Dankbarkeit gegenüber der Vorsäung Gottes verließ er seine Stellung in der Armee und wurde Mönch. Er lebte ein langes Leben der Askese und wurde so vollkommen, dass er große Hellsichtigkeit erlangte und sehr gottgefällig war. Er starb in Frieden im 9. Jahrhundert und nahm seine Wohnstadt im gesegneten Reich Christi des Herrn ein. Lobeshymne Betrachtung Betrachtung Der Gastwirt hatte eine Tochter, ein junges Mädchen. Sie wurde durch die stattliche Gestalt des kaiserlichen Befehlshabers verlockt und versuchte, ihnen die Sünde zu ziehen. Nikolaus wies sie beim ersten Mal zurück und sagte ihr, eine solche Verführung sei satanisch. Doch das schamlose Mädchen kam ein zweites und dann ein drittes Mal in die Kammer des Kommandeurs und versuchte erneut, ihn zu verführen. Der Kommandeur wies sie immer entschiedener zurück und riet ihr, sie soll ihre Jungfräulichkeit bewahren und ihre Seele und ihren Leib nicht dem Teufel übergeben. Er sagte schließlich, er sei Soldat und auf dem Weg in den Krieg. Und es sei sowohl würdelos als auch gefährlich für einen Soldaten, sie durch solch eine unreine Handlung zu beschmutzen. Die Gottes Zorn auslösen und ihm den sicheren Tod bringen würde. Auf diese Weise überwand der göttliebende Mann die Versuchung. Am folgenden Tag setzte er in seinen Weg mit der Armee fort. In der Nacht hatte er die folgende Vision. Er stand in einem großen, offenen Feld und sah in der Nähe einen kräftigen Mann, der dort saß. Das rechte Bein über das linke gekreuzt. Vor ihm befanden sich zwei Armeen, die einander auf dem Feld gegenüberstanden. Griechen und Bulgaren. Dieser kräftige Mann sagte ihm, er solle sorgfältig beobachten, was geschehen werde. Nikolaus schaute hin und sah folgendes. Wenn der kräftige Mann das rechte Bein über das linke Kreuz hielt, dann siegten die Griechen über die Bulgaren. Und wenn er seine Stellung veränderte und das linke Bein über das rechte legte, gewannen die Bulgaren die Übermacht und machten die Griechen grimmig nieder. Daraufhin nahm der kräftige Mann den Kommandeur mit hinüber zur niedergemettelten griechischen Armee. Das ganze Feld war von Leichen übersät, die übereinander lagen. Erst in der Mitte des Feldes gab es einen freien Platz, groß genug, um noch ein Leib aufzunehmen. Da sagte der Mann zu Nikolaus, dieser Platz war für deinen Körper aufgespart. Doch da du in der letzten Nacht dreimal die teuflische Versuchung überwunden hast, sind dein Leib und deine Seele von Tod verschont geblieben. Das, was Nikolaus in der nächtlichen Vision sah, sah er genauso während der Schlacht. Die gesamte griechische Armee kam aus dem Schlachtfurt um. Doch Nikolaus kehrte lebend nach Hause zurück. Doch nicht mehr in die Kaserne, sondern ins Kloster. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die Versammlung, den Chor unserer Vorväter und der Propheten und Gerechten im Himmel. Wie sie vor Christus das Gesetz Gottes erfüllten. Wie sie Christus den Herrn in Wort und Tat voraussagten. Wie sie jetzt im Königreich Gottes singen. Homilie Über den gerechten Josef Josef, ihr Mann, ein Gerechter. Tat, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Matthäus 1, Vers 19 und 24 Man muss Gott mehr fürchten als die Menschen und auf Gott hören statt auf die Menschen. Dies ist die Lektion im Leben des gerechten Josef, des Verwandten und Beschützers der heiligen Jungfrau Maria. Er lebte am Wendepunkt zwischen der Zeit des Gesetzes, in Klammern alter Bund, und der Zeit der Gnade, in Klammern neuer Bund. Und er war dem Gesetz treu, bis die Gnade erschien. Dann, als die neue Gnade Gottes erschien, wurde er treu gegenüber der Gnade. Gehorsam gegenüber den Buchstaben des Gesetzes wollte er sich von der heiligen Jungfrau trennen, als sie den Erlöser der Welt in ihrem reinen Leib empfing. Doch als ihm ein Engel Gottes offenbarte, dass Maria vom Heiligen Geist empfangen habe, gab er diese Absicht auf und trennte sich nicht von ihr, sondern tat, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Er vertraute nicht seinen eigenen Überlegungen, sondern hörte auf den Willen Gottes. Daher machte ihn Gott großer Ehre würdig, sowohl auf Erden als auch im Himmel. Still und im Verborgenen gehorchte er Gott, und Gott verherrlichte ihn öffentlich. Nicht nur er war des Königsreichs Gottes würdig, sondern auch seine Söhne und Töchter. Was könnte ein Vater Größeres wollen, als dass seine Söhne Apostel Christi werden? Und Josef hatte zwei Söhne, die Apostel wurden. So verherrlicht Gott jene, die ihn fürchten, und er hört sie. O unser großer Herr, der Gott des gerechten Josef, hilf uns Sündern, deine Gerechtigkeit zu lieben und dich allein zu fürchten. Dir sei Ehre und Lob preis in Ewigkeit. Amen.